Hallo und herzlich willkommen zurück heute bei Team Fortress 2, mit mir ist der Power Shark und immer für den Ralf. Beide sind unten in Beschreibung verlinkt. So. Nein, ich bin nicht auf dem Blut. Hier geht die Party ab. Kann ich doch den Martin nicht mehr fertig machen? Oh, 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 oh. Ich tu den Sniper, der da auf dem Dach steht. Was? Okay. Ja, viel Spaß beim Einkaufen. So. Ja, Mann! Boah, ich will hier einfach mit einem reinrennen und uns mich töten. Vorsicht, Vorsicht! Aber ich bin besser als Power Shark. Ja, ich bin auch gerade immer auf dem Server gejoint. Ich bin besser als ihr zusammen. Ähm, Daniel, wer hatte fünf Punkte und ich 200? Umgebracht. Was schon will. Was heißt ihr noch, Daniel? Ich 250 Punkte hatte und du fünf? Ja. Ja. Oh! Das ist doch eigentlich schon klar, das heißt. Daniel, das ist schon top. Ich tu mal die ganze Zeit diesen Sniper auf dem Dach killen. Der tut die ganze Zeit welche... Ach, der wurde ja schon gesnappert. Ja! 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 Ich hab Konkurrenz. Das war doch gar nicht. Oh! Ich wollte den doch Quidscopen. Falls jemand nicht weiß, was Quidscopen heißt, der kann sterben gehen. Das muss man helfen, wenn man mindestens Call of Duty gezockt hat. Äh, falls noch keiner so nicht die Macht hat, holt es nach, sonst seid ihr voll die in Luschen. Äh, Muffin, bist du noch da? Du! Warum bin ich jetzt im Team Rot? Ja, ja, Alter, mein Gegner, ja! Warum bin ich jetzt im Team Rot? Ähm, ja, das macht das ja aber manchmal so. Jetzt kann ich aber bestimmt nicht mehr wechseln, oder? Hm. Oh Mann, warum bin ich nicht schlecht geworden? Vielleicht bin ich gar nicht schlecht. Wie kann man denn wechseln? Server wechseln? Äh, Punkt. Okay, Punkt. Hast du das Mist gewusst? Nee. Ach, ich kann mich nicht joinen. Scheiße. Oh Mann. Boah, ich weiß nicht. Ähm, gehst du als Heavy? Warum nicht? Warum nicht? Bist du im Team Blau? Sag bitte ja. Ich bin im Team Blau, ja. Na komm her, komm komm, komm. Come to me, come to me. Ja, ja, du kannst mich mal. Ja, nein, ich heil dich, ich heil dich. Ja, ja, vor allem weil du ja auch in meinem Tim bist, ne? Ja, ich bin im Team Blau. Äh, ich bin im Team Rot scheiße. Wer will hier einen wie zwei nie Titzer haben? Ich nicht. Nein, ich kann nicht drüber wechseln. Komm doch wieder zu uns. Ich kann nicht drüber wechseln. Alter, wie ich immer noch hier als Ball rumstehe. Hallo? Schön für dich. Ja, woher? Aktenbreich. Ha, 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 ha. Du bist im Rot. Ja. Problem damit? Hör mal. Stehst du hier auch irgendwo? Wer? Du. Ähm. Ich stehe wohl ganz an, dass ich bin jetzt weggegangen. Ich hab zu viel Schiss. Sieht dir ähnlich. Wenn du gehst, wie er als Heavy oder so. Mhm. Ich hab jetzt hier. Ich hab jetzt hier versucht, siebenhunderttausendmal zu snipern. Und dann trifft er mich. Und dann trifft er mich. Was? Schauen wir mal, dass wir das nochmal hinkriegen. So, also Kanada, ich würde mich fern von unsermes Vorn halten. Und dort direkt wieder gesniperrt. Wo leben wir denn hier? So, ich probier's, es ist jetzt nochmal als Sniper. Ja, du brauchst halt ein Ding da. Ich hab doch mal eine Sniper schicken. Du wurdest getötet. Von so einem dämlichen Granatwerfer. Ja, den hab ich ja auch. Ich hatte mal einen besseren. Ich hab dich fast gekillt, wirklich. Nicht? Ja. Ich steh hier mit seinem Granatwerfer. Ich steh hier mit meinem Granatwerfer. Ich würde dir raten, als zu unserem Spawn zu kommen. Naja, kannst du nicht mal. Ja, hier wartet eigentlich noch Affen auf dich. Ach, Mann. Das ist so unfair. Daniel, komm mal zu unserem Spawn. Ja, was ist damit? Komm mal. Komm mal, ich komm. Siehst du, oder? Also man kann richtig gut als Bayer durchkommen, sag ich hier. Ich hab ein Bayer gesehen, schluss. Muss auf Wahlkampf gehen. Nein, das funktioniert nicht. Ach, Mann. Ah, ey, das war jetzt hell. Das ist echt so cool. Wer will uns ein bisschen zugucken? Hol mal ein Telefon. Ja, macht das viel Spaß. Ach, du holst das Telefon gar nicht. Nein. Da ist jemand bei uns unten. Oh Gott, scheiße. Wer war denn das Fluss? Dann dem Mann, dann dem Mann, dann dem Mann. Hab ich hier killt. Ich versuch mich immer noch als Sniper. Bis jetzt hab ich einen Kill gemacht. Ja, muss ich halt ein bisschen anstrengen. Ja, ich mach jetzt das letzte Mal als Sniper. Jetzt kann ich mal ein Spawn-Mini-Sentry bauen. Ja. So, 5 KS. So, ich nehm jetzt auch ne andere Klasse. Du fragst uns dünn. Ich? Ja, das war wahrscheinlich ausfüllen. Ja, ich weiß. Nein! Nicht immer dieser Ein... Ey, hast du zufällig deine Freundin bei dir? Ich? Ich hab keine Freundin. Ja. Wenn doch, dann... Du hättest, dass die schönen Geräusche erklärt. Du. Nein. Ey, na, aber eigentlich ist die Mini-Sentry die beste Century. Nein. Doch. Beim Aufbauen vielleicht. Oh mein Gott, warst du grad Ingenieur? Ja. Ey, Milch-Pflanze, die Mini-Sentry-Store feiern. Ja, ich weiß. Auch nicht jetzt. Hab ich wenigstens was zu tun. Äh, ich brauch mir hier mal. Brense? Ey, ich mach zwei. Also hier kommt mir auf jeden Fall nicht so schnell einer. Doch, ich. Mann! Ich hatte Blut aus Murat. Wirklich, da kommt mir immer in den Weg. Ach, Mann. Ich muss mal kurz deine Sendung an Zepp'n, Mocke. Nein. Kannst du sowieso nicht. Ich weiß. Außer ich bin Team Rot, was ich so nicht kann. Dann würdest du verdammt leicht sterben. Nein. Oh! Scheiße! Nein, Mann! Ich schwöre! Das ist voll die blöde Klasse, was ich hier habe. Ich sag nur eins. Das ist voll kacke. Oh, ich kacke gerade die Zeit voll ab. Ja, ihr beide seid die schlechtesten von eurem Team, seh ich. Mann, ich muss wenigstens Daniel einholen. Oh! Ich streue mich hier gerade nicht so super an. Ich werde da, wenn du möchtest, kannst du eigentlich schon in unser Team gehen. Okay. Hey, Feuer, Feuer! Hast du das auch gehört? Ja, Feuer, Feuer! Hey, du bist bei mir, du bist hier gerade bei der feindlichen Base. Ja. Aha. Ah, gut, du bist das immer alle bei uns seid. Oh, ich weiß. Danni, Täter! Danni, Täter! Alter, da hat jemand mein Messer kaputt gemacht. Nicht gerade nett. Nafu! Ich mag den. Ey, Daniel, komm mit den zwei. Ja, ich bin doch schon ganz wie. Mein Messer muss dich aufladen. Ach, das hat sich ja schon aufgeladen. Ja, mir wurde es mit dem Pyro getroffen, oder? Ja. Leider. Das ist der einzigste Nachteil vom Spice-Krappen. Ja. Pyros sind der größte Feind. Und ansonsten ist die, kann es sein, dass da, ähm, eine Sentry steht. No. Ja, wir haben gewonnen. Ja, Leute, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin aber immer noch, ähm, ich bin rot. Ja, ich hab' nur... Ja, ich hab' nur... Du bist vertender Verlierer, du verlässt immer. So, weiter geht's, nächste Runde, hab' ich gehört. Was? Das ist mir zu viel. Dein... ... zu viel Hörer. Oh, Scheiße. Oh, Digga, Mann, ich bin's Nafu. Oh, Digga, Mann. Ah, oh, Junge, ich war wirklich Junge. Ach, Mann, das Nafu, der hat sich als sich getarnt. Was? Ich hab' mich gerade als Natsu getarnt, ne? Ja, und das Nafu hat sich als ich getarnt, nur halt, der war Pyro. Aber Snatsu. Bist du auch rein Snatsu? Ja, Gesundheit. Ich bin gerade nicht witzig. Generell, Liebe. Ich hab' schon 8 kgs jetzt. Da hat sich einer als sich getarnt gehabt, da, und er hat mich gek... Und er hat, natürlich, natürlich hat er mich bekommen, natürlich. Ja, das ist doch normal, ne? Ich hab zwar nur mit einem Spicer-Bknappen eingehämmert, aber er überlebt, ja. Ja, das ist doch normal. Mal, Jolf. Klar, dass er es überlebt, natürlich. Deine Mama. Hey, Feuer, Feuer! Hast du's auch gehört? Ja, Feuer, Feuer! Ey, du bist bei mir, du bist hier gerade bei der feindlichen Base. Ja. Aha. Na, gut, so wissen, dass ihr wohl alle bei uns seid. Ich bin's. Sanitäter! Sanitäter! Alter, da hat jemand mein Messer kaputt gemacht. Nicht gerade nett. Ich mag den. Ey, Daniel, komm, wir gehen in Spine. Ja, ich bin doch schon ganz viel. Mein Messer muss ich aufladen. Ach, das hat sich ja schon aufgeladen. Ja, mir wurde es mit dem Pyrus getroffen, oder? Ja. Leider. Das ist der einzige Nachteil vom Spicer-Bknappen. Ja. Pyrus sind der größte Feind. Ansonsten kann es sein, dass da Arie Sentry steht. No. Ja, wir haben gewonnen. Ja, nein, ich bin nicht verloren. Ich bin aber immer noch. Ich bin rot. Ja, ich hab... Ja, du bist gerade in der Verlierer. Du verlierst immer. So, weiter geht's. Nächste Runde hab ich gehört. Was? Das ist mir zu viel. Dein zu viel Hörer. Scheiße. Oh, Digga, Mann, ich bin's Nafu. Oh, Digga, Mann. Ah, vor Jugendlichen, ich bin wirklich Junge. Ach, Mann, das Nafu, der hat sich als Dich getan. Was? Was ist... Ich hab mich gerade als Natsu getarnt, ne? Ja, und das Nafu hat sich als ich getarnt, nur halt der war Pyro. Aber es Natsu. Bist du auch ein Natsu? Ja, das ist so, halt. Ich bin gerade nicht witzig. Generell, ich bin nie witzig. Ich hab schon acht Köln gesetzt. Das hat sich einer als Dich getan gehabt, und er hat mich gekriegt. Und er hat natürlich, natürlich hat er mich bekommen, natürlich. Ja, das ist doch normal, ne? Ich hab zwar nur mit dem Spy-Zapfen auf ihn eingehämmert, aber er überlebt's ja. Natürlich. Ja, das ist doch normal. Mal, Jolf. Klar, dass er's überlebt. Natürlich. Bye, Mama. 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 Bye, Mama.